Wo muss ich denn... Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich jetzt in den Freitod springen? Hä? Hier ist auch noch so ein Fahrstuhl. Da hätte man wahrscheinlich gerade beim Kampf auch nutzen können, den Fahrstuhl. Vermute ich mal. Muss ich da drauf springen? Nee, oder? Kann das sein? Ich habe ein bisschen Angst. Ähm. Ähm. Höh. Die Energiesignatur des Akkumulators zeigt, dass er sich der Spitze der Argent-Einrichtung nähert. Oh, wie krass. Wenn sie den Akkumulator in der Nähe des Ars und Strahls zerstört, könnten sie Akkuren in der Welt schaffen, dass sie ihn noch schließen können. Alter, wie übel. Der Akkumulator. Ich habe auch so einen Akkumulator. Wenn ich auf Toilette gehe, habe ich immer einen Akkumulator. Ich glaube, das war doch richtig nach oben. Naja. Darüber soll ich jetzt springen, oder was? Das habe ich doch nie im Leben. Das habe ich doch nie im Leben, darüber zu springen. Das ist doch viel zu... Was war das? Das ist doch viel zu weit. Ähm. Ich probiere es einfach, okay? Okay, hat doch noch geklappt. Oh Gott, oh Gott, das will ich. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen beeilen. Das klingt nicht sehr einladend hier gerade. Wo muss ich hin? Oh, oh. Hoffe ich nicht, dass ich da gerade runtergegangen bin. Wo muss ich denn... Ah, verstehe. Alles klar. Nein, verstehe nicht. Doch, verstehe. Oh Gott. 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 Tschau. Hi Revenant. Na, wie schaut aus Kumpel? Immer noch so stinkig wegen letztens. Bam. So. Ähm. 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 Ah, da ist noch ein Revenant. Du stinkst nach Maggi. Hab ich dir gesagt. Ich hab dir gesagt, du stinkst da, Maggi. Oh, 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 oh. Weg, lass das. Ui. Lass das. Lass das, hab ich dir gesagt. Lass das. Okay, ist noch ein bisschen Leben am Lieb... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das hier gerade abgeht wieder? Ah, der Revenant ist immer noch da. Moment, warte mal. Äh. Du, ich hab kaum noch Leben. Äh. Hilfe. Äh. Da umschleicht ein Zombie oder so. Dann lass ich mal Zombie sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Ah, da oben. Ja, da oben ist das Schild. Was tue ich denn erstmal? Wer lebt denn da noch? Ach da. Hallo, mein Freund. Ciao, mein Freund. Uh. Weg. Sehr schön. Wer hat's nochmal eben Leben einsammeln, ein bisschen. Wer weiß, was da noch kommt. Du, 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 du. Ich muss, glaube ich, nach oben. Schau mal, dass ich da mal nach oben komme. Ah, guck mal, Benzin. Achso, ist ja immer noch voll. Ich vergesse es immer, diese Kettensäge zu benutzen. Äh. Ich glaube, ich muss hier rein. Die leuchtet zu grün. Ja, das stimmt. Hier ist noch ein bisschen Lebensenergie. Das nehmen wir noch mit, wenn wir schon einmal dabei sind. So. Hm. Was? Komisch, hab mich grad aus Twitch geworfen. Okay. Super merkwürdig. Wundert mich, wie das... Ah, ja, geil. Sehr schön. Kann man gut gebrauchen. Ja, ja. Haben wir bisher nur zwei gefunden, ne? Wundert mich. So, was mach ich denn? Mach ich denn mehr Munition jetzt? Ja, ich mach das mal ziemlich ausgeglichen. Ja, halt den Rand. Jetzt kommen doch wahrscheinlich wieder Gegner, ne, oder? Da rechne ich doch schon mit. Äh, was? Hallo, ich will da oben hin. Oder auch nicht. Wo muss ich denn... Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, ich muss bestimmt auf die Kiste springen. Böh. Unverwundbarkeit. Wie geil. Brauch ich aber jetzt gerade nicht. Hä? Ah, der fährt jetzt wieder raus. Cool. Gucken wir mal, wo der uns hinbringt. Wuii. Was? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Oh Gott. Oh Gott. Um Gottes Willen. Oh, was? Bitte was? Oh. Das sieht überhaupt nicht, äh... Überhaupt nicht gefährlich aus. Äh, überhaupt nicht ungefährlich, wollte ich sagen. Oh. 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 Huah. 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 Warum gibt's nicht einfach ein ganz normales Treppenhaus? Oder einen Aufzug? Einen Fahrstuhl? Hu. Nicht grillen. Nicht gegrillt werden. Nicht gegrillt werden. Da oben ist schon wieder jemand. Ein Kandidat. Na. Lass das. Hm. Ich bin gleich bei dir. Warte. So. Ich komme. Ciao. So. Ähm. Wo muss ich denn hin? Hä? Ah, ich muss nach oben. Okay. Alles klar. Geh weg. Lass das. Lass mich. Lass mich. Habe ich dir gesagt. Da oben komme ich hin. Ganz sicher. Höh. Huah. Boah. Wie geil das aussieht. So. Wo muss ich jetzt hin? Muss ich in die Mitte? Äh. Ah, hier. Da hinten ist sogar noch. Da. Da ist eine Rune. Wie komme ich denn da hin? Ah, ich will zu der Rune. Ich will zu der Rune. Definitiv. Bevor ich jetzt weitergehe. Wie komme ich zu der Rune? Huah. 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 Oh, Alter. Kann ich da durch die Mitte gehen? Bestimmt, ne? Ich will zu der. Huah. Ich will zu der Rune. Huah. Ich bin was. Nein. Nein. Okay, es gibt doch Falschaden. Scheiße. Fuck. Ich will zu der Rune. Ich will zu der Rune. Definitiv will ich zu der Rune. Das machen wir noch. Also die Rune machen wir definitiv noch. So. Da, 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 da. Also Klanghaus war es, glaube ich, auch noch im Chat drin. Das, äh, Zuschauer wird da noch angezeigt. Der Jerome. So. Hallo. Ich bin gespannt, wo wir... Oh, Gott sei Dank hier. Huah. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin, ohne dass ich sterbe? Sollte mich ein bisschen beeilen, was das angeht. Huah. 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 Hier ist die Rune oben, ne? Wie komme ich denn... Hä, wie komme ich denn da hin? So weit hoch fährt... So weit nach oben fährt halt Dinge noch gar nicht, oder? Okay. Wie komme ich zur Rune? Hm. Vielleicht kommt man doch später hin. Kommt mir gerade vor, wie hier auf so ein Fahrgeschäft hier. Ui. Wie auf der Kirmes. Stehe ich hier? Ja, ich stehe richtig. Ganz schön mutig bin ich, muss ich sagen. Ich hoffe, wir kommen da gleich noch zur Rune. Ich hoffe natürlich. Ich hoffe natürlich, dass wir da noch hinkommen. Wäre schade, wenn wir die jetzt verfassen würden. Ciao. Ciao. Alter, gehen wir nicht auf den Sender. Du stinkst nach Magi. Dann habe ich deine ganzen Brüder und Schwestern. Was ist mit dir denn hier? So, geh weg. Ihr seid alles Inzest-Kinder. Alle! Du auch! Du dicken Homo-Fürst. Entschuldigung, ich habe nichts gegen Homos. Ja. So. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Ciao, mein Freund. Ciao, mein Freund. Ciao, mein Freund. Bäm. Na, natürlich. Genau, er bleibt da einfach stehen. Natürlich. Natürlich, er lebt trotzdem weiter. Willst du mich verarschen? Ich will zur Rune. Sind wir da jetzt vorbeigelaufen schon, oder? Ich schaue nochmal unten. Ich will unbedingt zur Rune. Huch, was mache ich denn? Wollte ich gar nicht. Von höher ist es auf jeden Fall da, die Höhe. Müsste auf jeden Fall auf der Etage sein. Wir dürfen also nicht weiter höher kommen. Weiter höher kommen ist auch so ein komisches Deutsch. Wir dürfen auf jeden Fall nicht weiter nach oben. Obwohl es da nach oben geht. Komme ich denn... Nein, wir müssen nach oben. Was? Höhe. Ja, geil. Cool. Gefunden. So, Rudenprüfung. Schalte mit der Kampfschrot-Pinte. Über explosive Fässer zehn Zombies aus, bevor die Zeit abgelaufen ist. Zwölf Sekunden. Über Fässer muss ich Zombies ausschalten. Mit der Kampfschrot-Pinte. Hm, das klingt spannend. Schon wieder Thaler verloren. Daria, was machst du nur? Aber du hast heute auf jeden Fall schon zweimal gewonnen. Also heute lief es schon besser wie gestern. Und die Tage davor. Gute Ausrüstung kriegen wir dann dafür. Die Rune. Bin ich sehr gespannt. Ich kriege so langsam schon wieder Hunger. Ist schrecklich. Hm. Hallo? Wie soll ich denn bitte die Zombies ausschalten? Hä? Wie soll ich denn die ausschalten, wenn die nicht da dran stehen? An den Fässern? Ach, ich muss die wahrscheinlich erstmal zu mir locken. Aber es kostet auch Zeit. Ich hab nur eine Gesundheit. Was? Einmal Gesundheit? Was? Hä? Was? Warum? Ich hab mir ja nur noch einen Zombie gefehlt. Hä? Wieso? Die Zeit war doch gar nicht abgelaufen. Oder irre ich mich da? Hä? Ach, durch zehn Explosionen. Ach so. Ah, ich muss mir das einteilen. Ach so. Ah, ich muss mir die ein bisschen sammeln. Okay, alles klar. Verstehe. Ah. Ich hab nur zehn Explosionen für die 30 Zombies. Oder was das waren, ne? Das heißt, ich hab zu viel. Ah. Okay, alles klar. Also hab ich ein bisschen Time dafür. So. Kommt her, Jungs. Was? Ach, jetzt hat er mich auch noch erwischt. Verdammt. Mist. Da muss ich auch noch drauf achten. Du musst sie ein bisschen anlocken und gleichzeitig erledigen. Das kriegen wir hin. Also das ist jetzt nicht... Nicht du schwer. Nicht du schwer. Kriegen wir hin. Was? Der war... Hinter mich stand einer. Nein, ich hab zu lange gewartet. Du bringst dich doch selber mit der Explosion um. Ich glaube nicht. Also ich hab ja nur noch einen Hilf. Und wenn ich direkt daneben stehe, passiert mir gar nichts. Hier. Ah doch. Hast du recht. Stimmt. Scheiße. Fuck. Hast du wohl recht. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Ja, da muss ich ein bisschen anders noch agieren. Interagieren. Uah. 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 Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen, bitte? Scheiße, Zeit abgelaufen. Fuck, ey, Mann. Damn. Das ist aber nicht einfach, das ist knifflig. Das ist echt knifflig, ey. Schalter, Kampfschrufe über Explosionsfässer. Anzahl 10. Ja, aber wie viele soll ich denn ausschalten? Hm. Bis es nicht mehr geht, oder was? Ja, das war nichts, das war doof. Verdammt. Was, Sascha, noch nicht gelernt? Ich habe immer recht. Hast du den Beweis? Ja. Ich habe da jetzt auch nicht drauf aufgepasst. Das ist so. Ja. So, ähm. Das ist aber auch nicht einfach. Das sah einfacher. Einfacher aus, als es irgendwie ist. Huch, der ist nicht gestorben. Dadurch. Ja. Ja. Rennprüfung. Gute Ausrüstung. Erhöht die Effektivität von Ausrüstungsgegenständen. Cool. Geil. Haben wir die Runde auf jeden Fall. Also die Rune, nicht die Runde. Ähm. Und du hast nicht nur 10 Explosionen, sondern du sollst 10 durch. Achso, ich soll 10 Töne durch Explosionen. Ich sollte vielleicht mal lesen, was da steht. Und nicht es überlesen. Naja, gut. Haben wir auf jeden Fall gelöst. Wir haben die Rune sehr schön. Freue ich mich sehr. Gefällt mir. Top. Ähm. Ja, geil. Cool. Boah, das macht so viel Spaß. Ich will gar nicht aufhören. Aber ich muss so langsam auch mal, so langsam jetzt auch mal ein Aufnahmepäuschen machen, um mal zum Ende kommen. Und ich muss die, ich muss die Sachen ja noch, ich muss die Sachen ja auch noch rendern. Also schneiden, bearbeiten, alles pipa boh und und ja, das kommt ja auch noch auf mich zu. Aber ich mache es ja gerne. Wie gesagt, es kommt ja auf YouTube. Und, ähm, wie gesagt, ich glaube, ich werde jetzt langsam auch mal in der Aufnahmesession jetzt zum Ende kommen. Aber das machen wir definitiv. Oh. Wir haben, wir können eine weite Rune setzen. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Machen wir das mit den, warte mal, was haben wir denn noch? Benebelt und verwirrt, so wie ich sowieso bin, verlängert die Benommenheit von Dämonen. Joa. Aber das mit den Ausrüstungsgegenständen nehme ich mal. Ich glaube, das setze ich mal hier rein, die Rune. Was? Geht nicht? Warum? Äh, 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 warum? Keine Rune ausgerüstet? Warum? Ach, das geht. Ansauger geht. Aber warum? Warum geht das nicht? Ach, gute Ausrüstung habe ich schon oben. Ach so. Ja, warte mal, dann nehme ich, äh, dieses, ähm, Munitionsboost. Habe ich ja jetzt. Ich bin so dumm. Ich bin schon so durch durch das Spiel. Ihr merkt es wahrscheinlich. Machen wir die ganzen Ausrufezeichen hier mal eben weg. Ihr merkt schon selber, ich bin schon so durch. Die Spiel macht mich, äh, irgendwie total... Hä? Ach, da war noch was. Da. Da glaube ich, ne? Kann das sein? Ja. Ähm. Das Spiel macht mich irgendwie total fertig. Also, wenn man eine gewisse Zeit gespielt hat, sollte man sich echt bei dem Spiel mal eine Pause gönnen. Das ist, äh, läuflich. Aber das machen wir noch hier eben. Dieses, das ist das Level hier. Das möchte ich gerne noch zu Ende führen. Weil, ich denke mal, das dürfte jetzt auch nicht mehr allzu lange gehen. Vermute ich mal. Vielleicht werden wir noch einen finalen Kampf sehen. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da unten geht es nicht weiter. Da ist der Zug. Ui. Aua. Was habe ich denn jetzt Schaden genommen? Bin doch nur runtergesprungen. Muss ich hier... Ach, guck mal eine an. Das kann ich gut gebrauchen. Das machen wir doch direkt mal. War das jetzt hier? Ne. Hier war das, ne? Alter Schwede. 200 beide. Das lohnt sich. So, vielleicht müssen wir auch hier lang wieder. Ich weiß es gar nicht. Was förmlich dann heraus ist, müssten wir da irgendwie hin oder da hinten irgendwo. Aber ich frage mich, wie wir da hinkommen. Ah, hier. Oh Gott, ob das gut geht. Ob das gut geht. Oh Gott. Oh. Alter. Oh Gott. Ihr müsstet mich mal sehen, wie ich mitfiebere. Muss ich hier lang? Äh, hä? Der Wegpunkt zeigt mir hier irgendwo hin, aber... Aber wir waren hier noch nicht. Ich schau mal. Vielleicht geht es ja hier oben weiter. Hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Hä? Okay, ich schau mal eben auf die... Ich schau mal eben auf die Karte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen auf jeden Fall da hinten irgendwo hin. Alter. Oh Gott. Oh Gottes Willen. Schaut euch mal die Karte an. Hilfe. Wir müssen auf jeden Fall in die obere Etage. Wir müssen weiter nach oben. Geht es denn hier noch weiter nach oben? Geht es hier noch irgendwie? Da oben fährt auch ein Zug. Wo geht es denn hier weiter? Sag mal. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich hier, ne? Ich kann hier irgendwie da rüber springen. Da. Ach hier. Guck mal an. Ah. Ah. Ah, die Karte hilft auf jeden Fall auch. Sehr. Sehr gut. Uah. Die fahren hier aber relativ schnell. Was? In die Hülle musst du hier jedenfalls? Ich jedenfalls. Ja. Auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall in die Hülle. Will ich auch. Bin ich ganz ehrlich. Bin gar nicht im Hülle. Natürlich. Wart es nur ab. Wenn ich gleich zu dir komme. Marguerite. Muss ich da drauf schießen? Ah, okay. Hui. Jetzt bist du gleich. Oh Gott. Oh Gott. Mhm. Auf jeden Fall gibt es hier jede Menge Munition und jede Menge Schild. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich glaube, jetzt kommt der finale Kampf. Weißt du was? Den hebe ich mir auf fürs nächste Mal. Den hebe ich mir auf fürs nächste Mal. Sollen wir nicht hier speichern? Sollen wir nicht hier speichern und fürs nächste Mal einfach weitermachen? Dann können wir uns hier ne... Was? Ich wünsche allen noch viel Spaß. Mit Flex und Doom. Ja. Sven, aber das gekauft. Ich hab's herausgefunden. Gute Nacht, Gotox. Schlaf gut. Ähm. Äh. Ach komm, wisst ihr was? Wir ziehen das jetzt durch. Wir machen das jetzt und dann... Äh. Ich hab ja gesagt, ich mach das Level noch. Also. Huah. Ich bin da noch... Auch noch im Live-Let's-Play, also. Das ist nicht das Ende. Doch, jetzt schon. Was? Das ist erst der Anfang. Huah. Oh, oh. Die sterben. Bam. Äh. Oh Gott. Oh Gott. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Yeah. Doom. Huch. Wo ist der hin? Der ist aber weggesporn. Was wir sehen? Alter Schwede. Was? 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 Wo muss ich hin? Was? Was passiert jetzt? Hilfe. Ich bin unbesiegt. Äh. Pillegard. Wie geht's dir? Ich bin unbesiegbar. Äh. Hallo. Stirbst du auch mal? Na eigentlich. Geht doch. Alter. Der ist ja noch... Alter. Was ist denn hier los? Ich bin unbesiegt. Ich bin unbesiegt. Nein. 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 Weiter machen. Das ist so interessant. Ich kann es nicht länger als eine Stunde spielen. Oh Gottes Willen. Also wir haben jetzt, ich glaube, circa zwei, zweieinhalb Stunden circa, glaube ich, auf den Tacho. Und auch aufgenommen. Und ich muss die Videos auch schneiden und alles. Und ja. Ich glaube, wir machen jetzt hier auch mal. Ich brauche echt mal eine Pause. Also ich habe auch Hunger ein bisschen. Und ja. Wir machen jetzt hier auch auf YouTube. Machen wir eine Folgenpause. Wir sehen uns. Ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin erst mal raus bei YouTube. Also. Bis demnächst. Ciao. Ciao.